Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, heute ohne Facecam, oh mein Gott, gibt es das überhaupt noch auf diesem Kanal, gibt es hier überhaupt noch Let's Plays? Ich, also die Kim sagt anscheinend ja, meine Freunde, ich wäre mir da nicht ganz so sicher, erstmal Happy Release Day, die Sims 4 Insel leben, das ist heute rausgekommen, ab heute könnt ihr es kaufen und spielen, ähm, ich nehme das gerade im Voraus auf, deshalb kann ich es leider heute noch nicht spielen, deshalb ist die Kim noch keine mehr Jungfrau, wie sie sich das manche gewünscht hatten, ich glaube das wäre aber auch ein bisschen... Ich weiß, ein guter Ruf, äh, ist die Fame? What? Die ist Fame? Ich weiß auch nicht, die hat einfach nur einen guten Ruf jetzt bekommen, ich dachte schon, ja, Entschuldigung, ähm, ja, also ich weiß noch nicht genau, ob die Kim wirklich eine mehr Jungfrau sein sollte, wir schauen mal, Freunde, und das sowas können wir ja auch voll cool im Stream mal machen und so, also ich hab auf jeden Fall Bock, sobald da mal mein Internet da ist, weil es gibt ja immer noch Probleme, ich hab aktuell übrigens gar kein Internet, cool, ähm, ja, das können wir dann ja vielleicht im Stream zusammen planen und so weiter und so fort, das fände ich nämlich ganz cool, Und, ja, warum, äh, weniger Let's Plays kam, ist einfach, wir machen gerade die anderen Videos viel mehr Spaß, meine Freunde, also ich muss wirklich sagen, mir macht, ähm, so ein, so ein Facecam-Video, so eine Challenge oder wenn ich irgendwas runterlade und auch dieses Ganze bearbeiten, auch wenn das viel länger dauert, macht mir das viel mehr Spaß und es freut mich halt extrem, dass es so gut bei euch ankommt Und ich werde mal schauen, wie ich das Ganze jetzt mach, weil ich wahrscheinlich, ähm, einige Let's Plays einstellen werde, die 100 Baby Challenge, nicht, meine Freunde, keine Sorge, aber Wir müssen mal schauen, vielleicht beenden wir irgendwas im Stream, wenn es dann soweit ist, oder Wir töten die einfach, damit es vorbei ist So, beste Logik, genau, beste Idee bei mir, einfach jemanden töten, meine Freunde, schön, einfach schön, möchte ich sagen Und, das ist super ungewohnt, aber wisst ihr, wie gut das eigentlich ist, ich sehe nämlich gerade richtig aus wie eine Mülltonne Und da sitzt man hier einfach vor dem PC und ihr chillt hier, ohne, ähm, dass ihr hier Belichtung des Todes habt, dass euch warm ist Und es ist einfach alles ein bisschen angenehmer gerade, muss ich sagen, trotzdem macht es mir sehr viel Spaß, mit Facecam aufzunehmen Und, ähm, ich, äh, freu doch da euer Feedback immer so riesig, eure ganzen positiven Kommentare und eure, äh, Bewertungen Das finde ich mega cool Was geht hier eigentlich gerade für eine Party ab, meine Freunde, und warum bin ich nicht ein Entschuldigung Warum bin ich nicht eingeladen Was macht sie eigentlich, sie steht hier so rum, sie so, hallo, ich stehe jetzt hier im Weg rum So, die Kim platzt bald Also, es könnte gut sein, dass das Kind heute kommt Fände ich sehr, sehr geil Ich wäre richtig wieder ready für ein, für ein neues scheiß Baby Geil, ich denke, das ist das, was wir wollen, meine Freunde Kack Kinder sehen So, so wirst du cool und schwanger Ja, klingt auf jeden Fall nach einem Video von uns Das bearbeiten wir, weil, mir ist aufgefallen, wir haben hier voll viele Videos noch, die wir noch gar nicht hochgeladen haben Das sind ja alles Geldquellen Alles Geldquellen, meine Freunde Wie konnten wir das auslassen? Ich weiß es nicht Okay, was machen die da? Oh Gott, die sah aber gerade einfach nur wild aus Okay, also, voll süß Die Familie hält zusammen, die Familie lernt zusammen Die Familie stirbt zusammen Nein, nein, so weit ist es noch nicht, meine Freunde Hier stirbt niemand Die Kim wird das auch bis zum bitteren Ende durchziehen Also, die Regel besagt ja Haben wir eigentlich schon alle Fotos? Ja, okay, gut, dann kommen die Kinder Die Regel besagt ja Dass, ähm, wenn die Kim stirbt, die jüngste Die älteste Die älteste, sorry Ähm, Mutter wäre Und das wäre ja Katie Und ich habe ja damals gesagt, ihr könnt doch abstimmen Aber Leute Sorry, ich will hier keine andere Mutter als die Kim Ich will hier wirklich nur die Kim Also, ich will hier niemand anderen Ich möchte hier nur die Kim Das ganze Leben lang Die ganzen über 40 Babys, die hier noch fehlen Möchte Hey, ich habe gestimmt Ich labere mich nicht voll Sonst, äh, schlage ich hier zusammen So, wir bearbeiten hier mal noch schnell weiter Ey, das dauert mal so lang Bei ihr dauert es genauso lang, Leute Bei der Kim dauert Video-Editing Richtig lang Post-Production Kann man auch sagen Wenn man ein bisschen cooler Und Medienmanagement studiert Kann man auch einfach mal ein paar Fremdwörter Feindfremdwörter Ein paar Anglizismen droppen, meine Freunde Ich hasse mich selbst Warum tut ihr euch das an? Warum schaut ihr dieses Video? Oh mein Gott, okay Ich möchte eigentlich Okay, sie hat Hunger Auch, könnt ihr mal aufhören Das ist mir alles viel zu nett Und zu family-friendly Jeder liebt hier jeden Leute Ich kotze gleich Ich brauche Action Ich brauche Hass Ich brauche den Tod Ich brauche einfach Ja, ein bisschen Stress Aber ich denke Da werden wir bald im Livestream-Projekt Da möchte ich nämlich was starten, meine Freunde Dass wir ein Let's Play haben Was nur im Livestream ist Was nur live ist Naja, dann haben wir Wow, Nico Wow Also das hätte jetzt niemand gerafft Hättest du es nicht noch 17 mal betont Ähm Ja, das ist ja halt voll cool Wenn wir da sowas machen Und dann könnt ihr so mitbestimmen Und sowas Darauf habe ich richtig Bock Dafür müsste aber erstmal Das Internet vorhanden sein Und das ist aktuell nicht vorhanden Warum ist sie sehr verspielt? Oh Gott, ich hoffe, die stirbt Stirbt nicht oder so Okay, die hat auch Hunger Video wurde erfolgreich bearbeitet Geil Kann ich kurz Oh, was Wir wollen die alle von uns Darf ich denn nur Klar, gib mal weiter Komm Ich weiß Wisst ihr Leute Meine Nummer Ich habe meine Handynummer seit Zehn Jahren oder so Ich kann die euch auch einfach gerne mal weitergeben Wisst ihr Also Wenn ihr wissen wollt, wie sie ist Sie ist 0,1 Sie Ja, okay Reicht, 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 reicht Reicht, reicht, reicht Okay Äh, wir laden das mal noch hoch Und dann Äh Gucken wir mal, was hier sonst noch so abgeht So Sie braucht auch Essen Sie holt sich schon Essen Sehr gut Sie Spielt hier immer noch Oh, seid ihr langweilig Ihr spielt hier nur Also sorry Das jetzt Play hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt Ich wurde übrigens auch schon gefragt Ob ich jetzt auch bald die 100 Baby Challenge mit Facecam mache Hat die gerade hier reingeschissen, Alter Pfff Ja, jeder wie er will, ne Okay, sie hat gerade richtig hardcore Sich in die Windeln gekackt Cool Ja, unsere Kinder sind auf jeden Fall sehr stubenrein, möchte ich sagen Und bezüglich der Facecam bei 100 Baby Challenge, Leute Das muss ich halt sehen Ähm Das muss ich euch auch mal fragen Dazu werde ich ein separates Video irgendwann mal machen Wenn es dann so weit Kann sie nicht mehr aufstehen oder Achso, ich dachte gerade, warum guckt ihr Äschen durch Aber hier ist halt so ein Loch in dem Stuhl Da war ich gerade ein bisschen triggered, meine Freunde Ich finde es auch schön, wie die Kim einfach immer nackt rumläuft Die Kim läuft gefühlt nur nackt in diesem Haushalt rum Aber wisst ihr, Leute Man gönnt sich einfach sonst nichts Guck mal, wie gut sie aussieht Hello Queen, du siehst richtig nice aus Sport machen kann die Kim ja nicht, ja Ach, was kann die Kim überhaupt? Nichts kann die Die kann schwimmen Schwimmen darf sie Oh, guck mal Guck mal, voll die gute erzogene Tochter Die kümmert sich hier um den ganzen Trash Finde ich gut, meine Freunde Finde ich gut So, ey, ihr spielt hier immer noch ohne Scheiß Ich muss es jetzt abbrechen Ich muss es jetzt abbrechen 1 zu 1 Ich Als ich mein Abi angefangen habe Ich so, ich muss jetzt abbrechen So Plot twist, meine Freunde Ich habe mein echtes Abi auch wirklich abgebrochen Nach 4 Wochen Aber einfach nur, weil ich gemerkt habe Dass das die Richtung, die ich da mache Nichts für mich ist Und dann habe ich Normales Fachabi angefangen Also ich habe nicht mal richtiges Abitur Ich bin einfach schlecht Aber kein Problem Ich finde, es ist okay Ich finde, es ist okay Man kann auch mal schlecht sein im Leben Hört jetzt bitte auf, alle zu spielen Ich hasse euch Ich hasse euch alle sehr Hört auf Geht lieber runter in den Garten Oder tränkt euch im Pool oder so Aber nervt einfach nicht, okay So, gönn dir Gönn dir hier was zu phrasen So, die Kim Die kann sich auch mal hier gönnen Als gute Gute Hausfrau Kann sich ja auch einfach mal Was geiles kochen Für ihre Familie Und zwar Makaroni mit Käse Ich hatte heute auch schon Nudeln Mit Käsesoße Und ich muss sagen Langsam kotze ich glaube ich davon Weil Okay, same, 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 same Ähm Weil ich habe gestern Nudeln gegessen Ich habe heute Nacht Nudeln gegessen Um 2 Uhr nachts Und dann habe ich heute Mittag Zum Mittagessen Nudeln gegessen Und dann möchte ich einfach mal sagen Irgendwann reicht es auch mal Mit dem ganzen Scheiß Aber ich habe halt wieder für 10 Mann gekocht Und dann ist mir aufgefallen Oh Du bist alleine hier Und äh Niemand wird mit dir essen Ja Scheiße, ne Ist nicht so wie bei der Kim Dass hier so eine ganze Großfamilie mit am Start ist Warum hat sich das Kind jetzt hier reingesetzt? Was ist los? Hat das Kind Ach, guck mal das Kind Nein, Kim Setzt das Kind Nein, Kim, 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 Kim Hookup Anruf Oh Gott, uns will schon wieder jemand ballern, Leute Okay Okay, uns will schon wieder jemand Richtig Okay Wir wollen dem Kind Händchen Nuggets Wir wollen dem Kind ein paar Nuggets geben Und wir ernähren das Kind richtig vegan Und geben dem Kind deshalb erstmal Nuggets Finde ich schön Leute Meine Stimme Nicht meine Stimme Mein Mund ist gerade ein bisschen abgespackt Okay Gibt es überhaupt Sinn, dass ich hier labere? Ich will, dass das Kind heute kommt Kim, kannst du nicht einfach das Kind jetzt rauspressen? Die Kim so Ich denke nicht, girl Ach, Kim Kannst mich echt mal, ey Ich dachte, du machst dir Macaroni Aber anscheinend macht sie keine Macaroni Ach, Kim Was lacht denn? Was habt ihr hier denn so einen Spaß? Ich dachte, das ist eine Challenge, wo nur Hass verbreitet wird Hass Okay, wo ist sie? Sie kommt jetzt runter Nehmt sich ein Gericht Meine Gude Ähm, wir haben noch andere Sachen Ich weiß nicht genau, was du jetzt nehmen wolltest Aber das darfst du dir ruhig nehmen So Und dann kannst du später nochmal auf die Toilette gehen Und dann gehst du irgendwann schlafen Wir werden angerufen Was? Wer ruft uns denn hier an? Hey Kim Ich habe so viele gute Sachen Wer bist du? Ich kenn dich nicht Bitte lass mich einfach in Ruhe Oh Gott Dallas hier absetzen Ist das Ist das scheiß Ey, kannst du das scheiß Kind jetzt endlich mal da reinstecken? Ohne Scheiß Ich steck das gleich In den Backofen Und dann kannst du dich selber essen Das Kackkind, Alter So Jetzt iss Deine Nein 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 Ich wollte Nein Du das scheiß Oh Gott Ey, ohne Scheiß Schlag Kim Die Kim so Nein Kim Es ist nicht okay Nein Nein, 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 nein Kim Es ist überhaupt nicht okay Ey, du brüllst jetzt das Kind an Aber mehrmals Du brüllst dieses Kind jetzt an Ähm Brüll es richtig hardcore an Brüll es hardcore an Schlag es zusammen Es ist auf jeden Fall Kann sie mal aufhören mit dem Kind zu labern, Alter? Kann sie sich nicht mal um ihre Blase kümmern? Ich heule hier gleich Okay Dann gib du jetzt mal diesem Kackkind hier was zu essen Essen geben Gib du dem Kind Es gibt jetzt nur Schinken-Käse-Sandwich So, mehr gibt es jetzt nicht für dich So, und wir Kochen jetzt endlich mal für die ganze Familie Alter, hier ist ein Stress Diese Familie ist Stress pur Die ist wirklich Stress pur Kann sie jetzt mal bitte kochen gehen? Dankeschön Dankeschön So, sie kann jetzt auf die Toilette gehen Was ist mit ihr? Sie muss auch mal auf die Toilette Aber sie kann hier oben gehen Wir haben doch hier oben Unser tolles Äh Wir haben hier oben drei Schlafzimmer Wisst ihr Leute, wenn man reich ist Dann hat man einfach auch mal drei Schlafzimmer Ich meine, ein Badezimmer Drei Schlafzimmer haben wir tatsächlich auch Aber, ja Ich habe nur vier Schlafzimmer und vier Bäder Denn ich bin einfach reicher als diese ganze Familie Danke, Freunde Danke, YouTube We love So, okay Kim, was ist los? Machst du jetzt hier die Macaroni? Kim, mach die Macaroni Ich bin sehr stolz auf sie Dieses Kind schläftisch Och, guck mal, das Kind Ehre, dass es schon schläft Aber irgendjemand muss dem auch mal was zu essen geben Äh, ich glaub, das kann sie mal machen Kann sie diesem Kind bitte was zu essen geben Essen geben Hm, ich hoffe, sie macht's auch Und, ja Freunde Dann schmeiß ich die alle mal ins Bett Und hoffe Dass dadurch, dass die Zeit so schnell vergeht nachts Dass wir das Kind bekommen Ich wäre richtig ready Ich bin ready für ein neues Baby Ich bin ready für jemanden, den ich wieder hassen kann Dafür bin ich wirklich ready, Leute Die Kim Das Kind schreit hier so Und die Kim dreht sich so Und sie so Mhm Ich lass dich hier Was macht sie denn jetzt? Alter, ist die behindert Oh Leute, ich heule hier gleich Ich heule hier gleich Wenn die alle zu dumm sind zum Leben Kann ich auch nichts dafür So Was macht sie jetzt? Fallon hier absetzen Es geht Ach nee, wir haben ja noch einen Stuhl, oder? Wir spulen einfach mal vor, Freunde Ich kann mir das Ganze Ich kann mir den Trash hier nicht geben So, und dann kannst du das Kind mal hier rausschmeißen Heute gib dem erst mal Essen Erbsen Oh, da freut sich ein Kind bestimmt richtig Wenn du dem Erbsen gibst Cool Ins Bett bringen Komm Bring dir das scheiß andere Kind mal ins Bett Und die isst jetzt mal ihre Erbsen Isst sie die Erbsen auch? Oder macht sie Stress? Guck mal, das ist ein gutes Kind Das isst die Erbsen noch normal Was hat das für Probleme? Wütend Echt fies Unverschämt Für wen haltet ihr euch? Ey, Bruder Unverschämt Wenn du So dumm bist Und das Essen hier rumschmeißt Das ist Essensverschwendung Wenn hier jemand dumm ist Dann bist du das Ich, wenn ich mit meinen Kindern kommuniziere Wenn hier jemand dumm ist Dann bist du das Oh man Okay Was passiert? Die Absetzen? Die Absetzen ist auch da drin Kann sie jetzt mal ihre Macaroni essen? Sie hat die einfach nur hochgebracht Wo hat sie sie hingebracht? Hallo? Hallo? Ha Die schweben da Warum schweben die hier? Ah ne Haben die geschwebt? Ich weiß auch nicht Sie sah gerade ein bisschen so aus So Kim, guck mal Hier ist der Esstisch Und beim Esstisch Essen wir Grundsätzlicherweise Und das schmeißen wir mal in den Müll Und die anderen Scheißkinder können dann endlich mal schlafen Was hat er für Probleme? Müde Ja guck mal Bruder du bist schon im Bett Schlaf Schlaf und nerv uns nicht Dankeschön Vielen, vielen Dank Und ich schicke euch jetzt auch mal ins Bett Das ist dein Bett Das ist dein Bett Ähm Deins ist Das hier Deins ist Lass die Kinder in Ruhe Ähm Deins ist das hier Okay Man muss bloß noch die Alter dieses Scheißkind Kann die Kim jetzt bitte alleine Macaroni und Käse essen? Dankeschön Das wäre mir sehr lieb Das wäre mir sehr verbunden Lass die Kim bitte essen Die ist schwanger Die presst vielleicht Ganz vielleicht heute noch ein Kind raus Also sorry Leute es ist mir einfach ein bisschen zu viel So oh mein Gott Leute, Leute, Leute Es blinkt schon Es blinkt schon Sind wir ready für das Kind? Sind wir ready für ein Baby? Ich habe gar keinen Babynamen Ach du Scheiße Wie nennt das Kind? Ach du Scheiße Ich weiß nicht Ich habe weder einen Jungsname Noch einen Mädchenname In meinem Kopf Das ist natürlich jetzt scheiße Das ist einfach nicht schön meine Freunde Da weiß ich äh Gerade nicht was wir tun sollten Außer vielleicht weinen Weinen ist immer eine Option in meinem Leben Real talk jetzt Leute Aber Und ich bin gespannt Was es wird Wird es ein Junge? Wird es ein Mädchen? Wird es Gender neutral? Ich weiß es nicht Egal Die Kim ist ja erstmal zu Ende Und lässt sich ja nicht aus der Ruhe bringen Die Kim könnte auch einfach mal ganz kurz Sich selbst schlagen Oder ihre Wigs snatchen Aber Das Ich weiß nicht Das machen wir nicht Kim Immer schön langsam Ich weiß es ist schlimm Aber kannst du bitte einfach mal leise sein Ach Gott Leute das nächste Kind kommt Das nächste Kind ist unterwegs Crazy Einfach nur crazy Oh mein Gott Okay Also Putz erstmal genau Kim Putz erstmal den Trash hier Und dann mach mal schön langsam Mach den YouTube Kanal namens Nightrun Und dann seid ihr richtig cool So Oh nein Kim Sie presst schon Ich merke es Kim Es wird alles gut Ah Kim Bitte beruhig dich Okay Es ist zwei Tag in euren Fähigkeiten War grauenhaft War erfolgreich War erfolgreich War grauenhaft Blablabla Nervt doch nicht einfach Nervt einfach nicht Freunde Wir müssen jetzt hoch ins Geburtenzimmer Ins Babyzimmer Wo ist das Babyzimmer? Hier ist das Hier ist das Babyzimmer So Wir gehen schon mal hier hin Langsam aber sicher Gehen wir nach oben Meine Freunde Und Pressen jetzt gleich Das Kind raus Ich bin super ready dafür Und Ich bin gespannt Was es wird Also jetzt ehrlich Und ich find's auch schön Dass die Kim schon wieder Nur in Unterwäsche rumläuft Stell dich mal vor Eure Mutter läuft den ganzen Tag zu Hause In Unterwäsche rum Ich find's ein bisschen wild Mutter Wenn du grad zuschaust Grüße gehen raus Obwohl ihr meinen Vater schaut Meine Vater an Bitte sorgt dafür Dass die Mutter an angezogen ist So Okay Die Kim ist am Pressen Die Kim ist am Leiden Die so Okay Kim Komm Ich erlöse dich Ich erlöse dich Kim Guck mal Ich hab hier Ehre Und du bekommst jetzt das Baby So aber Sekunde Hier wird jetzt So Hey 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 Jo das ist aber Kann ich das nicht bisschen cooler Mache ich wenig Dass der Hintergrund so Och Kim Och Kim Ich möchte doch Dass du Cooler auf dem Thumbnail aussiehst Und nicht wie ein Opfer Oh man Okay Kim Pressen 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 Okay Oder Leiden Leiden ist auch Okay Ich bin gespannt Leute Was wird es Junge oder Mädchen Was denkt ihr Was denkt ihr Ich denke ja Ich wäre eigentlich mal wieder Für einen Jungen 3 2 1 Und Es ist ein Junge Ja Okay Jetzt ist die Frage Wie nennen wir dieses Kind Denn ich habe absolut keinen Plan Vom Leben Und auch Also Vom Real Life Und vom Sims Leben Natürlich Vornamen Zufällig wählen Adrian 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 wahrscheinlich Das ist mir Der Name ist mir einfach zu wild Winston Brian Was soll das heißen Ich fühle mich gerade Als wäre ich in der ersten Klasse Und lerne so lesen Ich weiß ich nicht Was heißt das Zachary Heißt das Zachary Ich dachte der ist so Zara Und ich so Ne Das heißt bestimmt nicht Zara Nigel Was ist das für ein Name Sammy Connor Connor wäre noch okay Aber das wird mir gerade Irgendwie sind so international Ich weiß ich aber auch Den international Mod an Meine Freunde Josef Ähm Jason Jason Wird man Schreibt man Jason so Jason Ja ne Kannst auch so schreiben Glaube ich ne Jason Hm Finde ich Jason cool Als Namen Ich weiß es nicht Wir könnten Jason ja Rote Haare verplappt Verpassen Und dann wäre es so Jason Blossom Und dann kommt irgendwann Die Cheryl Blossom Und dann Boxen die sich Oder so Keine Ahnung Wir nennen ihn jetzt Jason Star Meine Freunde Und da ist das Kind Auch schon Im Eimer Ne Guck da ist es Da ist das Kind Schön Schön Freundet Es ist geboren Es ist geboren So Lob ich mir das doch Die Kim Hat wieder ein neues Kind Rausgebracht Wow Geil Kim Und es schneit Zur Feier des Tages Schneit es auch noch Direkt Das heißt Wenn das Kind uns nervt Können wir es einfach Rausschmeißen Und dann erfriert es Geil Geil meine Freunde Okay dem Kind geht es Nicht so gut Ich weiß aber nicht genau Warum Wir liebkosen das Und Oh Gott Das nervt mich jetzt schon Leute Wir nehmen es an die Brust Denn ich denke Das befriedigt das Kind sehr Und Ja dann hüpfen wir einfach Noch mit dem Kind Das Kind hat gar keinen Bock Auf uns Und da möchte ich einfach mal sagen Same wenn ich Menschen sehe Wartet 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 Boah Das sieht voll eklig aus Das Kind von der Arm Okay Leute Das war es von dem Video Das ist unser Endscreen hier Ich denke es ist super schön Das ist einfach nur toll Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ihr euch zeigt es mir gerne Mit der positiven Wertung Wir haben ein nächstes Kind In der 100 Baby Challenge Rausgequetscht Jetzt müssen wir erstmal Mit den anderen Kindern leben Bevor wir neue machen Aber ja Bald wird es wieder soweit sein Und ich würde sagen Bis zum nächsten Mal Ihr könnt mich rechts oben abonnieren Links oben findet ihr die letzte Folge Von der 100 Baby Challenge Und wo an die Playlist Bis zum nächsten Mal Haut rein Und bis Sonntag Denn da kommt ein cooles Video Ciao